Wie lange ist ein Anbieter an sein Angebot gebunden? Nun, das hängt sehr davon ab, wie die Angebotssituation ist. Ist es ein Angebot unter Anwesenden oder ein Angebot unter Abwesenden? Anwesend, abwesend. Die Rechtsgrundlage ist der Paragraf 147 BGB. Und das Gesetz im 147 BGB macht genau diese Unterscheidung. Unter Anwesenden lautet die Antwort, kann das Angebot nur sofort angenommen werden. Und unter Abwesenden, da ist die Antwort etwas juristisch verklausuliert. Die Essenz von dem, was dort im 147 Absatz 2 steht, ist innerhalb der üblichen Frist. Das steht da etwas anders formuliert, aber das ist die Essenz. Innerhalb der üblichen Frist. Und was hier üblich ist, ist je nach Branche durchaus sehr unterschiedlich. Das heißt, die Juristen haben sich hier bewusst sehr im Allgemeinen gehalten, um eben nicht zu sagen, zum Beispiel drei Wochen oder so etwas. Das kann für die eine Branche zu früh sein, für die andere Branche viel zu spät. Ja, deswegen haben sie gesagt, das, was man üblicherweise erwarten darf. Und das muss im Einzelfall geklärt werden. Schauen Sie auch in den 147 BGB rein. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.